Hallo ihr Pauverneut 690 mit Let's Play Minecraft. Wir sind in unserer neuen Welt, haben jetzt auch endlich Wolle, auch wenn da hinten noch ein Schaf wäre. Und es wird dunkel, super. Hallo Schaf. In unserer letzten Welt hatten wir kaum Schafe. Und jetzt auf einmal kriegen wir haufenweise. Schafe. Stirb doch einfach Dankeschön. Ähm, Hühner. Okay, ähm. Ich glaub wir craften uns erstmal was. So. Ich hab mal ne Crafting Box, damit wir uns ein Bett bauen können, dass wir nicht die Nacht... äh, bringen müssen. Ich würd sagen wir nehmen die graue Wolle und die weiße dazu. So. Und was haben wir? Ein Bett. So, und ähm, da ja keine Creeper und Zombies angestellt sind, kann ich ja einfach mal mich hier hinlegen. Auch wenn ich noch nicht drauf gedrückt hab, ich wollt's nur hinstellen, aber ist egal. So. So. Und... Fertig. Wach. So. Crafting Boxen wir auch wieder mit. So, und jetzt gehen wir uns ans Holz sammeln. Weil wir uns ja auch irgendwo noch ein Haus suchen müssen. Äh, nicht suchen müssen, eins bauen müssen. Wo wir auch bleiben. So. 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 So, okay. Genau wie ein Loch am besten ausbohlen. Nein, das war jetzt noch ein Scherz. Entscheidend ist hier irgendwo eine Höhle. Und da sind die Kürbisse, wow. Hey, lass mich raus. Hier unten haben wir eine Höhle. Die da hinten gleich wieder raus gibt. Solange ich noch keine Fackeln habe. Aber ich weiß ja jetzt einen Trick. Die sieht irgendwie gruselig aus, oder? Geht das vielleicht auch so? Das hat eigentlich sehr gruselig die Kürbisse. Ups, das war zu weit runter. Und hier geht bestimmt die Höhle wieder raus. Und was haben wir gleich gefunden? Kohle. Mhm. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wir craften uns erstmal. Was? So, erstmal eine Spitzsacke, um die Kohle abzubauen und ein bisschen Stein. Ja, Achievement get time to mean. So, okay. Oh, schön viel Kohle und Sandstein. Und was haben wir hier gleich? Eisen. Super, cool. Gleich Eisen gefunden. Ich mach mir ja mal alles. Mann, hab wir ein Schwein. So, ähm. Eisen. Dann können wir uns gleich mal aus dem Stein eine Spitzhacke machen. Weil wir, ja, das Eisen da noch abbauen. Weil ich das gleich, weil wir es ja gleich gefunden haben. Muss gleich abbauen. So. Einmal Eisen. Und am besten gleich Stein. Für den Ofen müssen wir ja noch Stein abbauen. Ich mag irgendwie die Dunkelheit da hinten nicht. So. Haben wir erstmal genug Stein. Hier haben wir jetzt 35. Gut. Müsst das mal reichen. So. Einmal abgebaut. Und suchen weiter. Wäre da keine Mine unter dem Berg. Wollte ich sagen, dass wir da hoch gehen. Aber. Und die Kürbisse nicht daneben. Sie sehen mir ein bisschen zu gruselig aus. Und jetzt. Jedesmal habe ich aus dem Fenster gekürbelt. So. Okay. Mhm. Suchen wir mal weiter. Und was begrüßt uns hier auf dem Berg? Ein Schwein. Oink. Und ein Schaf. Oink. Dankeschön. Hey. Ein Schaufherde. Naja. Zwei Schafe. Jetzt sagt keinen mehr. Ist ja noch eine Höhle. Das ist ja noch eine Höhle. Oh. 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 Not an. Naja. Nicht wirklich. Ähm. Nö. Keine Höhle. Den Steinbruch kann ich ja hier herkommen. Die könnten aber auch da drüber gehen. Werde ich ja mal sehen.